Jetzt hast du es ja geschafft. Hat doch trotzdem super gefreut. Kannst du nur rausschrecken? Sabberattacke bleibt auch noch aus. Das ist doch auch super. So, dann schwitzen wir. Perfekt. Dann schneiden wir uns das Gewinde und dann hast du dann das Eck-Eis überlebt. Jetzt bist du froh, ne? Glaub ich dir. Das war jetzt auch eine kleine Art. Wobei, das ist ja hier immer so. Die kommen alle so rein wie du und gehen alle glücklich raus. Die Aufregung bei den Snake-Eis ist wirklich bei jedem. Ja, und das ist auch gut so. Das ist ein bisschen mehr aufgeregt als zu wenig. Dann ist der Adrenalin-Pegel auch schön oben. Gewinde ist gemacht. Fahre ich noch mal ein zum Stock. Und dann schrauben wir das Kügelchen drauf. Fertig? Mhm. Super. Ziehe ich dir auch schön stramm, dass du nichts verlieren kannst. So. Kümmelchen ist drei. Wir gucken jetzt erstmal, wie es von der Länge ausgeprägt wird. Ja. Dann fahre ich auch noch ein. Wie fühlt sich das für dich an? Gut. Aber gut. Ja, und reden kannst du auch noch. Ja. Du musst einmal eben kurz zeigen. Alles klar. Einmal zeigen, Kati. Einmal kommen wir raus. Hier sind jetzt die Snake-Eis. Das ist jetzt natürlich noch die besagte Überlänge. Einmal so. Und so liegen dann nachher die Kugeln perfekt klar auf der Position auch. Man sieht das hier unheimlich schlecht. Mach mal die Zunge ein bisschen höher. So ist besser. Genau. Super. Alles klar. Super. Super. Gut, Kathi, dass du da warst. Ja.